Nein, das tut sicher weh. Nein, nein, er beifft mich! Scheiße! Ja, soweit alles okay, Nils. Entschuldige, scheiß Funze ab, Junge. Alle sind sich leider nicht ausgegangen, die M16 ist leider ein bisschen begrenzt. Was ist das? Was ist das? Das sind die M16-Gespieler. Jetzt liegt mir irgendwie die M16. Was ist das? Scheiße, ich bin so ein paar Zurufe. Aber so spielt die DM16 nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe es verkauft, warum? Warum hast du BF? BF! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Dreck sack mit dem Defi. Okay Nils, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Na, falsche Richtung. Da habe ich in die falsche Richtung geschaut. Ich hätte mir die merken müssen. Hinter uns... Hinter uns... Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. Nein, er zuckt ja schon wieder in eine andere Ecke, das ist klar. Den Jump möchte ich sehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.